Moin Leute, nach einer gefüllten Ewigkeit gibt es am heutigen Tag endlich mal wieder eine neue Folge von Gangbeats zusammen mit German Let's Play. Ah! Haha, tschüss. Nein, Mängel, Mängel, bitte. Ich weiß nicht mehr, wie ich irgendwas steuere. Meinst du ich? Und Maudado ist auch dabei. Ich trinke Frauen. Tom Bay ist leider gerade nicht am Start. Nein, Mängel, weil der ist mein Tierarzt. Leute, ich habe keine Facecam, weil, damit ihr die Schläge mehr spürt. Maudado ist die Ratte. Ich hatte das einmal hier. Oh, 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 oh. Alter! Paredo! Die Ratte ist noch da. Ich bin da. Nein, Maudado, komm zurück, und jetzt! Oh ja, oh ja, Paredo. Ich bin doch so nett. Nein, bist du nicht. Du bist eine kleine Ratte. Du bist eine Ratte. Ich bin keine Ratsch, ich bin keine Ratsch, ich bin keine Ratsch, ich bin eine süße Maus, eine süße kleine Katze und du bist eine ekelhafte Atte. So, wie hebe ich Maudado? Oh ja, da habe ich ihn gerade hochgehoben. So, Leute, Ziel in diesem Spiel ist es, sich gegenseitig zu verprügeln. So, runter mit dir. Ja, Menschen. Ja, für die Jugend. Das ist traurig. Wow, Maudado. Ganz ehrlich. Weißt du, was du machst? Genau, du verprügelst alte, arme Menschen. Du hast mich Ratte genannt, du wolltest mich nicht mehr lernen. Du siehst aus wie eine Ratte, kann er ja auch nicht spielen. Ich bin ein Tiger. Also jetzt aber auch ein Tiger, okay. Hallo. Ich bin ein Tiger. Lass den Tiger in Ruhe. Nimm das, Ratte. Ja, da ist er, K.O. Ich bin K.O. Und weg bin ich. Hast du das gesehen? Oho. Wei. So, weil ich, weil ich ein bisschen dicker bin, oder was? Und der hat tolle Beschleunigung. Und einen Punkt,anski Franklin wegzoll. Der als erstes drei Wunden der Punkte hat. Ah, Manuel! Der hat gewonnen! Was! hesitationist man. Ich rette dich, Menjel! Ich, 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 ich! Alter Mann! Ja, ich bin hier unten, ich warte auf dich! Ich bin da um Schellen zu verteilen! Aua! Guck mal, meine Hand ist da, dass er gefallen ist! Ja, ich grabsche ihn mir! Alter! Wie in einem Anime! Nein! Nur weil ich nicht weiß, wie man grabbt! Bist du schon in der Ente? Ja! Problem damit? Nö, ist okay! Nein! Hör auf! Alter! Bitte, ich kann nicht schwimmen! Ich kann nicht schwimmen! Ich bin doch so alt! Nein, ich auch! Ich bin doch so alt! Alter, Maudado einfach Cheatcode! Okay, Menjel, wir müssen uns gegen Maudado verbinden! Das kann ja nicht sein, dass sie uns 3-0 abzieht! Doch, das kann sein! Ich wurde von einem Burger zerstört! Nicht von euch! Okay! Oh, das ist die ultra-gute Map! Ja, ja, mit dem Schleimling! Mit den Grappers! Komm mal her, du alter Mann! Ja, warte mal, warte mal, warte mal! Darf ich, ich muss, ich will nicht schlagen, ich will nur mal was austesten! Ah! Und jetzt komm her! Was soll denn? Jetzt hör doch auf! Benjel! Hör auf! Ich muss! Ah! Dich hole ich! Nein, jetzt lass, mach's nochmal! Alter, okay, geh ich auf die Katze hier! Nein, nein, nein! Okay, bleib weg von mir! Du mit deinem Corona-Mundschutz! Äh, ja und, ich schütz mich doch! FFP2, wenn ich das recht sehe! Oh, jetzt! Oh nein! Becker! Alter, komm mal! Benjel! Ja, lass mich doch los! Benjel, du Gluckas! Ja, ha, 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 ha! Heiko! Oh, ja! Ja! Nee, der zieht dich runter! Ich schläbe! Nein, nein, nein! Manchmal zieht er einen hoch! Ja, alles klar! Wir haben 3-0 verloren! Ja! Ich bin ne Katze! Okay! Also, erst hab ich der Burgum gebracht und dann der Tintakel-Fisch-Torfin! Nimm mich mit! Jaaaa! Runde 2! Die Rache vom alten Mann und seinem... Was bist du eigentlich? Ich bin einfach ich! In grün! Naja... Bei mir siehst du ganz komisch aus! Du hast gerade deine Haare so mega... Ja, ja! Das ist ein neuer Look! Oh! Okay! Direkt auf den alten Mann! Komm schon! Hier hab ich gearbeitet! Und weg! Oh! Ja, flieg doch, Haarsches! Und jetzt... Was willst du denn? Bam, Alter! Turbo-Kick! Ja, Turbo-Kick in dein Gesicht! Bam, aber was willst du denn jetzt? Oh nein! Nein, Alter, Papi! Warte mal, ich muss trotzdem mal... Ich muss trotzdem... Lass mich mal ganz kurz einmal... Pass auf! Ja, ja, ja! Einmal... Guck, guck, guck! Du benutzt ja auch Controller! So, ne? Und dann drückst du die obere Taste zum Hochheben! Welche obere Taste? Indom! Die obere Taste! Achso, Y! Ja, warte, lass mich mal austesten! Ah, ja! Hallo, hör auf! Ah, mein Paket! Warte, warten Sie! Sie sind doch von DHL! Die 10 Kilo Fleisch, die sie bestellt hat! Ich fach das weg! Hier wird kein Fleisch gegessen! Hallo, hallo! Ich bin ein... Jetzt weiß ich, wie man spielt! Ich hab ihn! Ja, und ich hab euch! Gehen Sie denn auf mich, hä? Ohohoho! Wengel! Warte! Nein! Nein, nein, nein! Nee, du willst ja Stress! Du willst ja Stress! Nee, ich will Klippo! Was war das denn jetzt? Doppel K.O. Ich hab mich selber auch noch kaputt geschlagen! Oh, da! Ich hab aufgemacht! Ja, sehr gut! Wie ist das? Was ist denn bei dir? Was ist denn du? Oh, guck, guck! Guck dir das an, Alter! Team! Ohohohoho! Balletto! Jetzt ist er! Jetzt bin ich on fire! Guck mal! Ich trainiere hier! Na ja! Ich trainiere jetzt hier, Schellen zu verteilen! Rettnerschellen! Oh! Mauda, du Klippo! Hilfe! Hilfe! Ach, komm! Hey, Oje! Ja, selber Schuld! Rentner, Leute! Rentner! Ganz ehrlich! Ja, ich geh jetzt mal auf ihn, okay? Nicht auf dich! Ja, das war grad das Problem! Ich hab mich doch grad fertig gemacht! Ja, das war grad das Problem! Nein, nein, ich bin aber trotzdem auf dich gegangen! Nicht auf ihn! Du willst dich umbringen! Ja! Ja, ich trag dich auch, ne kleine süße Katze! Ja! Alle K.O. Jetzt bin ich gespalt! Jetzt sind wir hier zu zweit! Oh! 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 Du bist drüben! Oh Gott! Ja, ich bin drüben! Hilfe! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Lass links los! Ja? Halt dann die obere Taste, damit du nach oben greifst! Welche obere Taste? Y oder was das ist? Nein, 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 nein! Y! Nicht greifen! Ja, ich hab schon die obere gedrückt! Nooo! Nein! Oh! 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 Ich weiß übrigens nicht, warum er bei mir nicht gesprungen ist. Ja, aber meiner ist auch nicht richtig gesprungen. Warte mal, warte mal. Ah ja, doch guck mal, jetzt kann er. Man muss, glaube ich, so ein bisschen verzögert springen. Warte. Jetzt ist er auf dem anderen. Oh! Mengi! Nein! Mengi, wo bist du? Bist du noch da? Ja, klar. Oh Gott! Das ist meine Zone. Mal hooten. Du bist in meine Zone eingedrungen. Du bist in meiner Zone, Eich! Du musst sterben! Warum denn? Was zur Hölle? Was ist das? Ja! Nein, nein, meine Zone! Meine Zone, meine Zone! Nein! Jungen, komm nicht in mein Haus und hör mich runter! Ja, ich probier's doch, ich probier's doch! Ich muss ihn ja nur mal kaputt schnacken. Kannst du ja auch mit runterreißen, ne? Ding dann! Ja, aber ich will den, ich geh auf den Kill. Ja, okay, okay, okay. Und jetzt wird er unter. Ja! Let's go! Was ist los? Wer will sich mit mir anlegen? Was? Was ist los? Ich bin alt, aber ich bin noch... Ich will mich nicht anlegen. Fruchtig. Fruchtig. Ja. Ihr habt selber Fett genannt? Oh ja. Oh ja. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ich glaube, er ist weg. Er ist im Himmel. Nein, lass doch, ich krass nicht an! Hallo, Frieden! Ja, aber er ist doch... Nein, er ist nicht tot. Nee, nee, er versucht zu Tricks. Racktricks. Komm her, du kleine Ratte. Ich weiß, dass du da hinter bist. Ja! 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 Ich krass mich damit fern! So, das hast du davon. Okay, eins gegen eins, Maudado. Er lebt noch. Siehst du sein... Siehst du seine Haare? Ja! Komm, wir drehen auf den Saug. Ja, okay, machen wir. Oh oh! Leute, können wir bitte damit aufhören? Können wir uns irgendwo in anderen Positionen gehen? Oh oh! Oh oh! Oh oh! Da bin ich wieder! Ja, ja, du warst echt kurz unmächtig. Aber das war auch dein erstes K.O. So! Ah! Bunnyhopping! Oh ja! Ja, dann kommen wir wieder! Hahaha! Ja, langer Manuel! Die Katsch nicht kaputt, du kleine Ratte! Oh ja! Okay! Hahaha! Jetzt bist du fällig! Jetzt bist du fällig, Maudado! Jetzt bist du fällig! Oh! Ich bin fällig! Let's go! Paluten gewinnt! Da ist die... Das Comeback des Jahres! Aber kann es sein, dass Zommel mein Mojo ist? Ne, weißt du, was einfach die Wende war? Dass ich wusste, wie ich jemanden aufhebe. Ja, weil ich es dir beigebracht habe. Das war die Wende! Ja, dankeschön! Ich bin dir zu ewigen Dank verpflichtet! Genauso wie Maudado! Fürst dabei sein bei der heutigen Folge! Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Gang Beasts! Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, lasst unbedingt ein Like da! Schaut bei Maudado & German Let's Play vorbei! Und sind verlinkt! Ja, lohnt sich! Und habt noch einen tollen Tag! Haut rein! Ciao, ciao! Tschüssi!